Musik Bevor der erste Zug 1835 seine Fahrt antrat, warnten Ärzte schneller als 30 kmh zu fahren. Bei den Zügen hat man sich geirrt. Aber die Angst vor der Geschwindigkeit, in der sich die Welt verändert, ist die geblieben? Wann hat Technik angefangen, mein Leben komplizierter zu machen? 4K, Smart Interface, Augmented Reality. Gibt es jemanden, der mir das übersetzt? Dank einfachster Computer ist man auf den Mond geflogen. Das war vor fast 50 Jahren. Heute hat mein Handy mehr Rechenleistung. Aber auf dem Mond bin ich immer noch nicht. Hat die IT mein Leben jetzt einfacher gemacht? Oder raubt sie mir nur die Zeit? Gibt es noch unberührte Orte? Und wie erhalten wir unsere Umwelt? Und welche App zeigt uns dafür die Richtung? Innovationen sind doch dafür da, um einen glücklicher zu machen. Oder greife ich danach den Sternen? Wenn ich mir jemanden wünsche, der mich die Technik vergessen lässt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Ein Partner, der mir jeden Tag ein Stück Freiheit zurückgibt. Vielen Dank.